Sonstiges, nee, das ist sonstiges, hab ich rausgefunden, das ist nur was zum Lesen teilweise und Dekoration fürs eigene Haus. Es ist eigentlich total egal, den Scheiß hier dabei zu haben. Hauptsache du hast es dabei. Öh! Hast du es gehört? Bing hat's gemacht! Lass das! Was hat denn hier Bing gemacht eben? Ihr wollt mir doch wieder an die Wäsche! Lichtbogenhelm! Das ist Schweißerhelm, alles klar. Kuchen, Kuchen ist toll. Lend a hand for Uncle Sam. Enlist today. Lady Frumpetons Fashion. Da hinten geht es auch hoch. Ab in der Strip, guck! Wir benehmen uns mal. Schmutzige, ungezwungene Vorkriegs. Um kleine Kabinen. Klar, ist jetzt Schildpad. Oh, die ist teuer. Eine Schildpadbrille ist teuer. So, und wie sehen wir jetzt aus? Keine Ahnung, wir sehen sowieso scheiße aus mit dem... Ha! Sogar die Brillen kannst du reparieren! Ah! Ey! Ah! Spackos! Da ist noch jemand. Dupont East. Da! Super getroffen! Bei Hans Gucken in die Luft hilft mir auch keine Brille. Ja! Außerdem habe ich nicht in die Luft geguckt. Ich hatte auf den Boden geguckt und habe dann gesehen, da ist eine Bombe! Schon ging es hoch. Da ist auch eine! Oh, ihr seid so fies! Ihr seid so fies! Ihr seid so fies! Ey! Mann, oh! So wie das Beinchen im Arsch! Ich habe keinen Bock, überall hin zu gucken! Was? Ich finde die Telefonzellen so geil! Was? Oh Lack's up Auaah Warte mal, Maschinenpistole können wir mitnehmen? Weil, können wir reparieren Können wir die jetzt... Danke Meine Güte Äh, falsche Waffe Okay, die kommen mit Maschinenpistolen um die Ecke, dann mache ich mit Leute, wie du? Komm her Wo bist du? Puh Puh Ach Ich bin da Ja, ich auch Doch Puh Oh Oh Obwohl, komm. Was bringt das eigentlich, in Anführungsstrichen, diese kleine Waffe ständig mit rumzuschleppen? Die hat sowieso nur fünf Schaden. Ich meiste auch noch weg. Ja komm, was soll der Geist? Weg. Weg mit der Scheiße, ey. Bringt eh nix. Ach ja, habt ihr recht. Habt ihr recht. Äh, wo waren wir hergekommen? Da. Ich bin zu schnell hier hoch, langsam. Ach so, in dem Schreibtisch ist nichts drin. Ab dem Aktenschrecken haben wir mal geguckt. Hier drüben gab es nichts mehr Besonderes, aber es geht nochmal nach oben. Burnside Bank and Loan. Nein, nicht. Was soll das? Du guckst hier nicht drauf. Gut, geh mal runter. Und zwar genau da. 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 Und zwar genau da. Where do you want to go today? Water. Water. Das ist hier die Runde, die nicht weiter geht. Okay. 20 Folgen davor Deswegen, nein Hier müssen wir Vielleicht irgendwann durch, ja, aber nein Deswegen wusste ich Jetzt auch nicht, warum das hier nach Krankenhaus geht Stand zumindest auf der Tür drauf Hospital Das ist kein Hospital Schwitzer Nein, liebes Spiel Du brauchst auch jetzt nicht sagen, gefährlich Hier waren wir schon Äh, darüber Was? Stimmt, ich muss ja da hoch Ach Ähm, hüp Ach Quatsch Ach Quatsch, ich verstecke mich doch nicht von dir Muss nur gucken, wie ich zu dir rüberkomme Schätze, nein Aber den Pip-Boy nehme ich mit Der will sich schon wieder mit mir anlegen Motorrad Motorradbremse Wer ist da draußen? Ist schon wieder an derselben Ecke? Bist du tot? Wer ist da draußen? Äh, ja Verstecken vor mir? Bitte, dass ich dich nicht finde Ich zeige Wie Jeppo sagt Er will ballern Alles klar Ballern wir Schönen wir alles hin Ganz easy Was ist das für ein Sound? Kenn ich gar nicht So Ah, jetzt sind wir auf der anderen Seite Alles klar New Hampshire Avenue Alles klar Sehr gut North East Dupont North East gefunden Und bestimmt Und bestimmt Keine Keine Achso Ich weiß Ich weiß nie Was ich auslösen Ob ich war was Ja, das ist ja gut Ist ja okay Keine Tretbomben Wollte ich die ganze Zeit eigentlich sagen Monsieur Timmy Was ist jetzt los Auf geht's Geh Ja Schalldämpfer und auf geht's Wo ist dein Schalldämpfer? Na na also Hopp Ja Auf geht's Schalldämpfer bedeutet immer Nimm dein Kuscheltier in den Mund Und dann fängst du an zu bellen Und macht er dem Schall Ja, das funktioniert Das müsst ihr eurem Hund beibringen Das funktioniert super Kann er von mir aus bellen wie er will Aber hat Schall gedämpft Mit dem Stofftier im Schnabel Was? Hab ich keine Zeit für Ich muss zocken Grundschaft ist mir heute egal Nein, nicht Natürlich Natürlich nicht Aber trotzdem so Ich bin auf Erkundungsreise Doofen Kunden Nein Meine Kunden sind alle super Sind alle super lieb Da kommt Da kommt jemand Da ist jemand Aua Ey, wann kriege ich diese Waffe hier ein bisschen gefixt Ups Ich hab nichts gemacht Nein, meine Kunden sind alle lieb Alles gut Ich bin heute leicht Echt schreckhafter Und ich weiß wieder nicht Wo ich überall lang lauf Komme ich denn jetzt schon wieder hin Schabladehemmung Solange die Füße sich ihr Futter nicht erarbeiten Und sie direkt selbst weg machen Kommt mir keine Hausseher ins Jepo Sama Jepo wird als Radikale hier Ich mag das Oh, hier geht's runter Wo geht's denn da hin? Kanalisationseingang Äh, Eingang Sunken Sunkensever Ach, Leute Ich glaube, ich müsste mal auf die Karte gucken Wo wir sind, hm? Weg da Geh mir aus dem Weg Ach, hier geht's eh nicht weiter Ja, super Haus hoch geht auch nicht Also eigentlich Where do you walk today? Halt Sunkensever Yo Was ist hier los? Ah, ein bisschen da Alles gut Geht Und wenn ich ne Seit wann hast du ne Freundin? Das ist ja was ganz Neues Jepo, der ewige Single hat ne Freundin? Auf deine alten Tage bist du doch weich Rufi Hast du das gehört? Gelesen? Mietfreundin Der war fies Herrlich mit euch zwei Natürlich mit den ganzen YouTubern auch Alter Schwede Okay, von da sind wir gekommen eben Denk ich Ah, schon wieder so'n Ding Mietfreundin 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 Sehr gut Sehr gut Ja, ich weiß Ja, ich weiß Aber wir haben auch hier Wir brauchen mal ein bisschen Hilfe Nur weil ich meine Beziehung nicht in sozialen Netzwerken teile wie andere ihr Mittagessen Nein, alles gut Aber immerhin Vor zehn Jahren warst du noch Single So, Minigun Splittergranaten Kampflinte Häkenschütze Fat Man Soll wir noch mal ein bisschen Spaß haben? Komm, wir haben noch mal ein bisschen Spaß Das Ding ist auch geil Zwischen den Beziehungen muss ich auch mal Single Ah, herrlich Hab noch ne Metro gefunden Foggy Bottom Metro Ticket Foggy Bottom Neblicher Boden Pupst nicht so viel Geh du mal rein Ah, schönen guten Tag erst mal Halt Licht an Wir sind schon wieder zu schwer Ach so Ja, ist natürlich klar Wenn wir so viel Fleisch dabei haben Und so weiter Oh Mann ey Gewicht eins Auch Munition hat null Gewicht Ach, schmeiß ich dich doch weg Naja, gut Und noch eine Und noch eine Was ist das hier? Was ist das hier? Wie ist das? Hier waren wir doch auch schon. So tot, wie die sind, war mir hier schon, ich bin definitiv schon. Ich verlaufe mich wieder. Jenny hol mich hier raus, ich verlaufe mich schon wieder. Da ist kein Schild. Haben wir hier ein Schild? Schild Eastbound Metro Zentrale. Ich habe keinen Bock dahin zu laufen. Arlington Station. Ah, ne. Da waren wir schon. So, ab wieder nach oben. Ich habe chaos. Und wenn wir hier rauskommen, die sich hier schlagen. DuPont West Was mir herzlich nichts bringt Und ich immer noch nicht weiß Was mache ich hier? Ich habe DuPont West gefunden Kann aber nicht drüber springen Und es wird langsam wieder Nacht Und wenn es Nacht wird, denke ich wieder Gleich kommt Batman Oh, da liegt jemand Okay, wir haben DuPont komplett durchsucht Geil, da ist das Ding CMR Ich habe es schon mal gesehen Okay, wir haben ein Depot rausgesucht Ich glaube, wir sollten mal so langsam was tun Atombombe in Megaton entschärfen Nach weiteren Hinweisen über die Identität des Artoiden suchen Ort anzeigen Mehr über den entkommenen Artoiden erfahren Wo? Der Raub der Unabhängigkeit Rotunde verteidigen Der Raub der Unabhängigkeit Oh, ich habe immer einen Punkt. Das war schnell. Hallo. Hallo. Ah, gehen Sie rauf. Man wartet bereits auf Sie. Oh, vielen Dank. Wenn Sie sich uns nicht in den Weg stellen, ist alles in Ordnung. Nette Wohnung, was? Willkommen in der GNA-Garnison. Dummschwitze. Zwei sind zu wenig, also braucht's drei. All there. Hey, so eine Überraschung. Der Held des Ödlands ist wieder da. Ja, ja. Es war der Nervenkitz des Lebens, verdammt. Immer cool bleiben, Mann. Wissen Sie, Sie haben null Ähnlichkeit mit Ihrem Vater. Ich schätze, das wollen Sie als nächstes wissen. Bitte, er fehlt mir so. Aha. Aber wo ist mein Papa hin? Ach nein, spuck schon aus, Free Dog. Langsam, langsam. Sie haben gefragt, also antworte ich. Okay. Als Ihr Vater hier durchkam, haben wir uns ziemlich lange unterhalten. Er ist ein echtes Stehaufmännchen. Das doch. Er redete irgendein wissenschaftliches Zeug, das für mich keinen Sinn ergab und erwähnte ein sogenanntes Projekt Purity. Er hat auch etwas davon gesagt, Dr. Lee in Rivet City besuchen zu wollen. Danach ist er schnell aufgebrochen. Tschüss. Denken Sie daran, auf unserer Wellenlänge zu bleiben, während Sie da draußen sind. Und passen Sie auf sich auf. Aha. Wenn er Tick, 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 Aufgabe hinzugefügt, wissenschaftliche Anstrengungen. Was ist das Schwede? Was ist denn jetzt wieder? Ihr selbst könnt einen bösen Fleischbrand vermeiden. Und jetzt etwas Musik. Rivet City. Ähm. Wieso müssen wir nach da? Von da nach da? Und dann da runter? Kannst du mir das mal erzählen, was das soll? Muss ich das jetzt zu Fuß laufen oder kann ich das einfach so machen? Ich glaube, ich muss erst mal aus der Tür raus. Okay, okay, okay. Ähm. Ja. Batschen. Hä? Ich bin wieder durchs Treppenhaus abgehauen. Alles klar. Huch. Was sind wir denn jetzt schon wieder? Hui. Hui. Ui. 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 Ja, komm her. Wieso sieht das... Ah nein, das sieht nicht anders aus. Alles gut. Das ist... Ja, ja. Hier ist die Metro. Klar, logisch. Wen hast du gekillt? Den da? Oh. So, wir können doch jetzt theopraktisch... Schnellreise... ...nach Ribbit City. Brauchen wir doch gar nicht zu Fuß laufen. Sehr verehrte Damen und Herren. Ich glaube... Ich meine zu wissen, dass noch die Musik funktioniert. Ja, das zieht so danach aus. Steuerung alt alt fern. Ich bin gleich wieder da. Na klar. Keine Rückmeldung. Check. So, wenn wir schon dabei sind. Ich hoffe, er hat es gespeichert. Okay, jetzt ist es dunkel. Aber wir wollten... ...Malak Crossing... ...Rivet City. ...Können wir schlafen? Sieben Stunden? Oh ja. Geht. Da! Nee! Oh Gott, sei Dank. Jemand Neues. Ich brauche Wasser. Bitte. Wasser. Mein... Meinen Sie es ernst? Ich kann es e... ...Können Sie es einfach. Eine Karawane. Was? Eine Karawane. Keine Karawane. Fert weiter. Willkommen! Willkommen! Mein Name ist Crow. Sie sehen, wie... Ich würde gerne hören... Ich will was... Sehen Sie sich um. Vielleicht gefällt Ihnen ja etwas. Der hat nur 181 Kronen. Was... Oh, was soll ich denn damit, Leute? Der hat nichts, was ich brauche, Leute. So, jetzt kannst du was entgegennehmen. Komm mal her. Ähm... Ich kann dir verkaufen... Ich kann dir verkaufen... ...Paketen. Ja. Dann kann ich dir verkaufen... Null... Nee. Mini-Atombombe. Mini-Atombombe. Zu teuer für dich. Metro-Ticket. Kronkork-Mine. Holomarker. Holomarker. Hm. Ne Fatman kannst du verkaufen. Brauche ich selbst. Tachy-Bomben. Ja. Maschinenpistole. Gewehr. So. Ja, so sieht es ganz gut aus. Mit so jemanden macht man gerne Geschäfte. Genau. Ja. Was kannst du reparieren? Komm mal her. Meine Rüstung. Power-Fab, Minigun, Kampfflinte, Heckenschütze, Gewehr, Fatman. Mein Hut. Von mir aus auf meinen Hut. Gute Reise. Dankeschön. Und tschüss. So. Ja. An mein Haar kommt nur Wasser und Quark. Da hinten waren wir. An der Tür waren wir. Und ihr werdet es nicht glauben. Sollen wir doch nochmal hinlaufen? Danach. Wir gehen erstmal Richtung ein großes Tor. Bestimmt werden wir gleich angeschossen, wenn wir da oben sind. Da ist eine Metro. Ach, das ist eine Metro. Ach, ich habe immer gedacht, das wäre was zum Trinken hier unten. Ach, scheiße. Hier wollen wir ja auch schon. Wie komme ich denn jetzt da rüber? Rüber schreien? Hallo. Keine Ahnung. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Ach, da runter, hm? Hauptsache mal er durchgefallen. Okay, wir laufen also doch drum rum. Ich hab keine Ahnung, wie wir da reinkommen. Das sieht echt danach aus, aber das hier ist kein Übergang, nix. Warte mal, hier klappert wieder irgendwas. Das ist wieder so... Ich hab keine Ahnung, ich hab keine Ahnung, ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, ich hab keine Ahnung.